Also, machen wir mal gucken, wer alle so daheim ist. Wir gehen mal die Balkone durch und schauen mal, wer da ist. Die muss ganz oben sein, die Helene. Hier ist das Penthouse von der Helene. Die hat auch die schönen goldenen Löwen und alles da drin stehen. Hier wohnt Helene, die Fischerin von Hamburg. Atemlos durch die Nacht. Das ist der Dünnerspieß. Auch schön. Habe ich auch noch nicht gehört. Doch wir haben ja Freunde in Hamburg und die sagen immer Dünnerspieß.